Wie geht es mit Fritzbüsch? Lucid. Könnt ihr euch nicht gucken oder ignoriert dann von Kameraden? Ja, ich bin Lucid. Oliver Sanger und Gitarrist. Seid ihr nicht mehr Musik? Guck mal. Einen schönen Level. Wie lange dauert Lucid? Acht Jahre, eigentlich ungefähr. Wie viele CDs in Hundertwärts sind? Eine eigene CD und eine eigene PL. Ja, das ist eine kleine CD. Lass mal so ein Feier. Ungefähr mit zwei CDs. Ja. Wird du dich inspiriert mit der Musik? Ja, weil das, was du machst, immer nicht so gefallen hat. Und ich würde mich selber machen. So wäre ich für richtig gefangen, für Musik zu machen. Wie gibt dein Stil mit sich? Schwarz. Also, ich gebe so eine moderne Form, von klassischem Griffdrock. Okay. Wir sind neu um NassNass Reloaded Festival. Hast du Erfahrung, dass NassNass eine Band wie er selber lauscht hat, oder er dich inspiriert hat? Oder hat er selber schon Erfahrung mit der Band? Und, ja, ich bin schon 15, 16 Jahre alt. Und da war ich mal auf NassNass-Konzern. Ich stehe keine, das ist schon ganz lange hier. Und ich bin immer gut von der Welt, und da muss ich doch sagen, ich weiß nicht so viel hier im Land. Demut. Das lange hier ist. Und man feiert sich. Also, das war schon ein bisschen hier. Und sie sind erst im Laufe der Zeit ein guter Kollege gegangen. Und da hat er gesagt, die, die kommen, ja, Oli, das hat ja keinen Lust mehr bei dieser CD, um vier Lied zu coveren. Also, okay, dann haben wir eine halbe Zwingung dabei. Weil das war in sich das aller echte Lied, das ich von NassNass hören hat. Und ich, 15 Jahre, der echte Kontakt mit Alkohol, aber kann es ja von NassNass kommen sehen. Also, man hat dem Lied auch gefangen. Und das war hängen geblieben. Und da finde ich sie mehr in sich heilen. Also, ja. Okay. Wenn Leute eine Musikquelle fahren, wo können sie das machen? Am Internet. Auf www.lucid.net. Und auf Facebook natürlich. Und das ist überall einfach. Also, iTunes, Spotify, Messinaische, ballgängische Portale, drauf Amazon auch, ja. Hat er persönliche Erfahrung um Terry von Werbecken? Ja, ja, das war schon ganz lange hier. wenn er gefroht hat, und hat gewusst, ja, das ist der Nulli. Also, für alle keine Kollegen. Wir sollten schon immer am Padsam, am Dernste Dicke hat, all die Jahre, wie Lohmann Thiemsel. Okay. Vielen Dank. Merci auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.